Ja, liebe YouTube-Freunde, speziell YouTube-Freunde in Deutschland. Der Maschinenring Erschen besucht morgen, Dienstag, 9. Juni, Deutschland. Besuchen wir das Kalkwerk Isstein in Effringen Kirchen in Deutschland. Achtung, Deutschland, der Maschinenring kommt euch besuchen. Wir fahren ins Kalkwerk, besichtigen dort das Kalkwerk. Dann gibt es ein Mittagessen im Weingut des Kalkwerkes, offeriert vom Kalkwerk. Um 14 Uhr fahren wir weiter nach Bad Bellingen. Dort ist das Landhaus Ettenbühl mit seinem schönen Rosengarten, Café, Restaurant und Job. Beim Eintreffen werden wir da in Empfang genommen und uns wird da die Geschichte des Landhauses Ettenbühl ein bisschen näher gebracht. Dann ist ein Rundgang durch den Garten angesagt, wer will. Und nachher kann man sich noch im Café, Restaurant etwas trinken oder sich verpflegen, wenn man will. 16 Uhr 30 Uhr fahren wir weiter zurück in die Schweiz, nach Alschwil bei Basel. Dort besuchen wir den Hof Mosima. Sie waren früher im Nachbardorf Bauer und sind jetzt nach Alschwil gezogen. Aber da ist ein Simmental, Fleckvieh, Zucht und bauen auch Erdbeeren an. Zum Aperon gibt es bei Mosimas ein Aperon und Hofführung. Dann 18 Uhr 30 Uhr fahren wir zurück nach Ersingen. Und wer will, kann noch im Nachtessen im Restaurant Rutswil Bad in Ersingen. Das ist unser Programm, liebe YouTube Freunde und auch Maschinenring Mitglieder.